Mein Name ist Ibrahim Imam, ich bin Geschäftsführer der Planradar GmbH aus Wien. Planradar ist eine Applikation für Baudokumentation, Task- und Mängelmanagement. Unsere Kunden sind Architekten in der Planung, in Bau, die Baufirmen, Ingenieure und Facility Manager. Das heißt, wir sind auf den gesamten Lifecycle einer Immobilie spezialisiert. Bei uns ist der nächste Schritt jetzt stark zu wachsen. Wir stehen derzeit bei über 1000 Kunden aus 25 Ländern und möchten nächstes Jahr dieses Wachstum selbstverständlich ausbauen. Ich denke, dass wir gewinnen sollten aus dem Grund, weil von unserer Applikation auf direkten und indirekten Weg einfach jeder profitiert. Stellen Sie sich vor, eine Immobilie wird qualitativ hochwertiger, schneller und besser einfach gebaut und kostensparender vor allem. Ich denke, das betrifft jeden Einzelnen.